Bitte? Ich schwöre dir, Marty, diese Frau ist ein Naturtalent, die lustigste Person seit Maury Povich. Wie geht sie es an? Das kann man nicht erklären, das muss man gesehen haben. In Ordnung. Hoffentlich taugt sie was. Nur herein, nur herein. Warum zum Teufel hast du mich nach Denver geschleppt, du gehirnverschmuggelter Fäkalfetischist? Mr. Thomas, das ist Mrs. Crabtree. Freut mich, sich kennenzulernen. Du siehst aus wie ein Haufen Hundescheiße, der von einem Auto überrollt wurde. Was habe ich Ihnen gesagt? Sie ist fantastisch. Wie wär's mit einer Million Dollar, Baby? Würdest du gern mal an meinem Arsch schnuckeln? Lass doch sofort anfangen. Fühlst du dich jetzt gut? Fass mich nicht an! Entschuldige, brauchst du noch was? Nein! Es ist nur so... Was? Irgendwie habe ich das Gefühl, ich hätte was vergessen.